ja baut den bauernhof ihr habt den bauernhof fertig gebaut dann schicke ich euch mal erst mal hier hin und euch schicke ich schon mal dahin und ihr wo gründet ihr denn mal die stadt die stadt gründe mario das ist cool ich weiß gar nicht dann bleibt mal da so auf wiedersehen ich will hier noch mal hingucken und die bauen sich erst mal ein kleines monument stadt dego ist gewachsen das ist doch schön die benötigen befehle guckt noch mal hier hin und ihr macht den grenzposten nach da und wo sind denn eigentlich meine sind das die hier ich glaube ja die bauen meine stadt nach was ist das denn für ein kleines kaff nein das entscheidende in der welt ist nicht so sehr wo wir stehen sondern in welche richtung wir uns bewegen das entscheidende in welcher stadt wollte meine religion die liefe man konnte doch sachen kaufen genau man kann genau mit religion kann man nicht sachen kaufen oder man sichert dass ich würde aber gerne einen missionar kaufen bei 130 aber das mache ich später so das natürlich schade versuche ich das seit wäre schön wenn ich das da krieg busan baut sich jetzt mal ein amphitheater was machst du so wir sind wir aber weit am im osten des landes das kommt ja sicher jetzt erst dass wir auf anderen weltkarte schon wieder rauskommen die gub ob man schreien ja und dann das bildungswesen unsere leute lebten lange genug in dummheit will man wissen wie viele leute bei uns im leben 2,4 millionen die machen es echt wie die kanicke die landmasse hat eine größere landmasse das heißt der hat wahrscheinlich das bestimmt hier das ist aber der hat nicht viele der hat ganz schön viele soldaten ja immerhin sind wir die klügsten warte mal da was ist das denn ach mein siedler ok nächste runde so 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 einen handelsweg errichten wo können wir denn hin nach biongang mit dem stadtstart oder wäre cool wenn es tatsächlich auch mit tru dann gleichzeitig noch handel betreiben könnte ne ich fahr mal hier weiter interessiert mich mal ach das ist mein frachter jetzt verstehe ich das aber jetzt habe ich wieder ich habe schon wieder ein handelsweg übrig stimmt ja da boah scheiße die haben eisen jo was machen wir denn hier bauen wir mal einen hafen das ist jetzt wichtig völker die am meisten lachen da sind wir ganz gut dabei im moment ihr passt einfach mal hier auf genau und ihr auch du auch und du guckst hier mal weiter erkundest mal das grenzgebiet sei denn was geht denn mit denen da hinten ab sind die im krieg ich habe ein barbaren lager entdeckt ich habe ein barbaren lager entdeckt da hinten sind ganz viele wale und eine grenze die ich nicht kenne erhöht ihr tourismus modifikator handelswege also deswegen sollte man vielleicht offene grenzen machen naja werden wir sehen wo bist du da ja hier will ich eine stadt bauen und ihr bleibt mal da busan was macht busan ich werde jetzt mal eben ein paar äh was bringt denn mehr ich werde eben mal reiter bauen solange dieser handel noch gültig ist Pyeongyang sie bauen auch erstmal wieder ein monument und ihr baut hier einen handelsposten ich bewege mich echt wie die schnecke da durch den regenwald eine wassermühle produktionssteigern da habe ich schon ein fischerboot da auch das ist gut oh se jo er wird groß nein nicht schon wieder ein großer händler Sir Thomas Rowe Sir Thomas Rowe ähm dann wollen wir mal gucken haben wir irgendwie ein handelsposten das ist äh die sind wie interessiert nochmal kultiviert schließen haben wir hier irgendwo eine handelsstadtstadt kaufmännisch kaufmännisch äh nein ähm ähm so wenn ihr achso ja lol so da haben wir meinen Reiter den ersten Reiter schon mal und die Karawane zieht nach ach guck mal an ey da hole ich mir meine da übe ich Druck aus von der Religion her äh äh ich würde gerne mal nach nach laufe nach edinburgh das ist ein schöner kurzer weg ich habe einen handelsweg frei ne das ist gut so dann baue ich hier nämlich jetzt mal eine Karawane äh und die schieße ich dann hier vorne an die Grenze ich muss meine Religion verbreiten und ich sehe gerade das geht über Karawane äh hier baue ich auch meinen Hafen ach das ist so bitter jetzt gerade alles alles klar wir haben die Marokkaner getroffen was können die denn ja erstmal Casablanca kaufen ne Bildung ist die beste Vorsorge für das Alter so das ist so es ist aber genau dass es ist denn wenn So, erstmal ein bisschen Religion ausbreiten hier. Ah, jetzt kann ich meine Pferde holen hier. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass mich das nicht viel weiter bringt. Ich sollte erstmal was für meine Religion tun. Die Church of Gaming muss Weltreligion werden hier. Schnellere Fortbewegung zu Wasser. Schildkrötenschiff. Naja, erstmal Metallguss, auch wenn ich kein Metall habe. Das ist so bitter hier. Die Reiterstaffel geht hier vorne mal hin. Er macht einmal Platz. Das ist mal interessant. Ein Forschungsabkommen. Das ist gut. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wir haben einen großen Schriftsteller geboren und welche Stadt... Jaaaa... So, das ärgert mich. Trotzdem baut ihr erstmal eine Straße dahin. Ähm... Was mache ich? Wenn ich das mache... Ähm... Bin ich auf jeden Fall mit meiner nächsten Politik am Start. Oder mache ich das? Äh... Ich will meine Politik vollständig haben. Ähm... Dieser Frachter fährt nach Jerewan. Und ihr kommt mal zurück hier. So geht das nicht weiter. Ich will meine Politik vollständig haben. Ich will meine Politik nicht nur schüttig. Ich will meine Politik nicht nur schüttig. Schüttig hat er gerade gesagt. Ja, schüttig. Ja, schüttig. Ja, wenn er eine Botschaft haben will, dann will ich auch eine haben. Was wären sie alle in meinem Kopf? Dann mache ich mal. Guck mal an, was ist schon gebaut worden. So, ich habe jetzt Eisen. Ähm... Gut, gut. Dann beenden wir mal die Ästhetik. Oder... Schließen die Ästhetik ab. Können wir jetzt eigentlich zur Ideologie? Sind wir schon soweit? Ah ne, sind wir noch nicht. Dann würde ich als nächstes gerne mal Wirtschaft machen. Ledmund Layton. Der wartet mal ne Runde. Ja, und... Ihr werdet dann auch mal ne Runde warten. Denn... Ich werde einmal die Aufnahme benden. Ihr seht mich dann übermorgen wieder. Bis dann, euer Frostgramm. Ja. Und... ...